Was die Lips? Was die Lips? Was die Lips? Ich glaube, diese Kampfgehirn sind gestorben. Dein Geld lebt nur faul zu Hause rum. Du weißt nicht, was damit anzufangen ist? Investierst jetzt in die Hand vor uns gehen, weil am 01.02.2024 ist die Firma. Dann lasst dein Geld faul zu Hause rumliegen, ist besser. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Eingeschränkte Haftung, meinst du? Eingeschränkt. Woll ihn doch mal rein. Du wolltest schon immer einen Fernseher zu Hause haben, aber wusstest noch nie, woher. Für euch ist das Schalterfolie eingepackt, versandbereit. Ja, der ist mit Folie gewickelt, der Fernseher? In Folie eingewickelt, 60 Zoll OLR. Normalerweise sind die in Kartons drin, neu. Du möchtest ihn haben? Schreib mir nur kurze Nachricht. Verkaufst du gebrauchte Fernseher? Du möchtest Geld verdienen? Schreib mir nur kurze Nachricht. Ja, Sir, was ist mit dem? Ich glaube, das ist eine Maschine. Das ist nicht mehr Hamid. Das ist eine Maschine. Ein Robocop. Vielleicht bist du der Glückliche, der bald diesen 60 Zoll OLED-Frenser gewinnt. Bruder, der ist gebraucht. Keiner will ihn haben. Der ist nickelnagelneu. Auf jeden Fall. Warum ist der nicht in einem Karton? Den Karton haben wir entsorgt. Der Karton soll bei dir rein. Warum haben wir den Karton entsorgt? Ist der SDI geklaut? Warum haben wir den Karton entsorgt? Warum denn? Deine Echtheit des Fernsehs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullah. 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 Irgendwas ist mit dem Jinn, irgendwas passiert. Hamid, Bruder, bist du das? Investiere jetzt dein Geld, was zu Hause in deine Villa rumliegt. Das ist er nicht. Hol mal, Umut, hol mal die Couch rein. Vor der Behörden versteckt hast, können wir auch eine Barzahlung machen. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Schaufst. Schaufst.